Einleitung Erster Teil Guten Tag! Hören Sie bitte zu. Ich bin Dieter Klein. Ich bin Lehrer. Ich bin Deutscher. Ich spreche Deutsch. Sie lernen Deutsch. Sie sind Student. Das ist ein Buch. Das ist ein Tonband. Das ist eine Kassette. Das ist eine Schallplatte. Zweiter Teil. Guten Tag. Guten Tag, Herr Klein. Wie geht es? Danke, gut. Und Ihnen? Sehr gut, danke. Sind Sie Student? Ja, das bin ich. Sind Sie Deutscher? Nein. Lernen Sie Deutsch? Ja. Haben Sie ein Buch? Ja. Gut. Wo ist es? Hier ist es. Dritter Teil. Guten Tag, ich bin Walter Kühn. Ich bin Verkaufsingenieur. Das ist meine Frau Lore. Guten Tag, ich bin Lore Kühn. Ich bin Deutsche. Das ist meine Tochter. Guten Tag, ich bin Renate. Ich bin 15. Ich bin Schülerin. Ich bin auch Deutsche. Und das ist mein Sohn. Guten Tag, ich bin Herbert. Und das ist meine Freundin Eva. Guten Tag, ich bin Eva. Ich bin Kindergärtnerin. Ich bin Grete Pfaffinger. Ich bin die Schwester von Walter. Ich bin Hausfrau. Und das ist mein Mann, Max. Guten Tag, ich bin Max Pfaffinger. Ich bin der Schwager von Walter. Ich wohne in Deutschland, in München. Ich bin Tischler. Lektion 1. Erste Lektion. Rhein-Main-Flughafen, Frankfurt. Erster Teil. Guten Tag, ich bin Heinz Schmidt. Ich bin ein Kollege von Walter Kühn. Herr Kühn kommt heute aus Brasilien. Er arbeitet dort. Er ist Geschäftsmann. Er kommt nach Deutschland, nach Frankfurt. Frau Kühn und ihre Tochter, Fräulein Kühn, kommen auch nach Frankfurt. Ein Flugzeug aus Rio landet gerade. Zweiter Teil. Passkontrolle. Ihr Pass? Wo ist Ihr Pass, mein Herr? Hier, bitte. Hier ist mein Reisepass. Danke. Sie heißen Kühn, nicht wahr? Ja, ich heiße Walter Kühn. Und die Dame? Wo ist Ihr Pass, bitte? Hier, bitteschön. Die Dame heißt auch Kühn. Sie ist meine Frau. Aha. Und wer ist das Fräulein hier? Das Fräulein ist meine Tochter, Renate. Das Gepäck. Wer heißt Kühn? Walter Kühn aus Brasilien. Das bin ich. Ist das Ihr Koffer? Nein, das ist nicht mein Koffer. Mein Koffer ist schwarz. Der Koffer hier ist braun. Walter, das ist doch mein Koffer. Mein Koffer ist braun. Richtig. Aber wo ist mein Gepäck? Es ist hier, mein Herr. Ein Koffer und eine Reisetasche. Hier sind sie. Ah, gut. Dankeschön. Und wo ist Renate jetzt? Hallo, Renate. Ich komme. Zollkontrolle. Das Gepäck, bitte. Haben Sie etwas zu verzollen? Alkohol? Tabak? Parfum? Ich habe eine Flasche Kognak und 200 Zigaretten. Hat die Dame etwas? Und das Fräulein? Wir haben nichts. Sind Sie Deutsche? Ja, wir sind Deutsche. Aber Sie wohnen nicht in Deutschland? Nein, wir wohnen in Brasilien. Was machen Sie hier? Sind Sie auf Urlaub? Ja, wir sind auf Urlaub. Danke. In Ordnung. Die Begrüßung. Ah, da sind Sie ja alle. Guten Tag, Herr Kühn. Guten Tag, Herr Schmidt. Das ist Ihre Frau, nicht wahr? Ja, ich bin Frau Kühn. Guten Tag, Herr Schmidt. Und das ist Ihre Tochter, nicht wahr? Ja, das ist meine Tochter Renate. Guten Tag, Fräulein Renate. Guten Tag, Herr Schmidt. Wie geht es Ihnen? Vielen Dank. Sehr gut. Und Ihnen? Danke auch gut. Gut, kommen Sie. Mein Auto ist draußen. Oh, das ist schön. Wir fahren sofort in Ihr Hotel. Dritter Teil. Wer sind Sie? Guten Tag, Fräulein Lenz. Guten Tag. Ich bin nicht Fräulein Lenz. Wer sind Sie? Ich heiße Margot Stiegler. Und wie heißen Sie? Ich heiße Rolf Brunner. Ich komme aus Hamburg. Und ich komme aus München. Was haben Sie? Haben Sie etwas zu verzollen? Ja, eine Flasche Wein. Kognak auch? Nein, Kognak nicht. Zigaretten, Zigarren oder Parfum? Nein, eine Flasche Wein. Wo ist sie? Hier, bitte schön. Schwarz und braun. Was ist das? Das ist nicht mein Gepäck. Mein Gepäck ist schwarz. Es ist nicht braun. Und das ist nicht mein Koffer. Er ist schwarz. Mein Koffer ist braun. Wo ist er? Ist das Ihr Koffer? Er ist braun. Oh ja, danke schön. Und ist das Ihr Gepäck? Ja, das ist mein Koffer. Er ist schwarz. Danke schön. Lektion 2 Zweite Lektion Hotelkönig Erster Teil Das Hotelkönig ist nicht sehr groß, aber es ist gut und preiswert. Ich bin der Empfangschef. Unser Hotel hat Einzelzimmer und Doppelzimmer. Alle Zimmer haben ein Bad oder eine Dusche und natürlich Zentralheizung. Heute erwarte ich Familie Kühn. Herr Kühn braucht einen Wagen. Er möchte einen mieten. Mein Bruder hat eine Autovermietung. Sein Geschäft ist nicht weit von hier. Ich rufe ihn jetzt an. Seine Telefonnummer ist 436215. Hoffentlich hat Herr Kühn seinen Führerschein hier. Zweiter Teil Zimmerreservierung Guten Tag, die Herrschaften. Guten Tag. Wir sind Familie Kühn. Sie erwarten uns, nicht wahr? Ja, ich habe eine Reservierung für eine Nacht. Ich habe ein Doppelzimmer und ein Einzelzimmer für Sie. Wie viel kosten Sie? Das Doppelzimmer mit Bad kostet 28 Mark. Und das Einzelzimmer mit Dusche kostet 17 Mark. Ist das Frühstück extra? Nein, es ist inbegriffen. Sehr gut. Vielen Dank. Brauchen Sie den Personalausweis? Nein, nur die Ausweisnummern. Nehmen Sie bitte einen Meldezettel und füllen Sie ihn aus. Unser Name, unsere Adresse und die Ausweisnummer, nicht wahr? Ja. Besten Dank. Jetzt rufe ich den Hoteldiener. Wen? Den Hoteldiener. Er bringt Ihr Gepäck in Ihre Zimmer. Die Hotelzimmer. Bitte, kommen Sie. Ich trage das Gepäck nach oben. Danke. Meine Reisetasche nehme ich selbst. Haben Sie keinen Lift hier? Doch, wir haben einen. Aber leider ist er kaputt. Haben wir die Schlüssel für unsere Zimmer? Ja, ich habe unseren Schlüssel und Renate hat Ihren. Ihre Zimmer, Nummer 7 und 9, sind hier im ersten Stock. Brauchen Sie mich noch? Nein, danke. Auf Wiedersehen, die Herrschaften. Das Hotelrestaurant. Guten Tag, die Damen. Der Tisch hier ist noch frei. Wollen Sie Platz nehmen? Ja, gern. Danke. Was möchten Sie gern? Ich möchte einen Kaffee trinken. Möchten Sie Ihren Kaffee mit Zucker und Sahne? Nein, ich trinke ihn lieber ohne Zucker und Sahne. Und ich möchte ein Glas Limonade und ein Schokoladeneis, bitte. Nein, Renate. Kein Eis jetzt, bitte. Wir haben nicht viel Zeit. Es ist schon vier Uhr und wir wollen noch ein paar Sachen kaufen. Dann bringe ich also einen Kaffee, eine Limonade und kein Eis. Ja, bitte. Dritter Teil. Die Passnummer. Haben Sie eine Reservierung? Nein, ich habe leider keine. Ich habe noch ein Einzelzimmer mit Telefon. Es kostet 26 Mark. Ich nehme es. Wie ist Ihr Name? Ich heiße Donati. Brauchen Sie meinen Reisepass? Ihren Pass brauche ich nicht. Aber Ihre Adresse und Ihre Passnummer, bitte. Wie viel Gepäck haben Sie? Ich habe kein Gepäck. Sie haben Zimmer Nummer 8, nicht wahr? Nein, Zimmer Nummer 10. Unser Lift ist heute in Ordnung. Gut, ich nehme ihn. Das Auto. Wo haben Sie Ihr Auto? Ich habe mein Auto nicht hier. Dort ist Frau Lenz. Möchten Sie Ihr Auto? Ich habe keine Autoschlüssel. Ihr Mann hat sie. Ich habe seine Nummer. Ich rufe ihn an. Lektion 3. Dritte Lektion. Wiedersehen in München. Erster Teil. Ich bin Grete Pfaffinger, die Schwester von Walter. Ich erwarte heute Familie Kühn zu Mittag. Wie spät ist es? Oh je, es ist gleich 12 Uhr. Das Mittagessen ist noch nicht fertig. Heute ist Freitag. Es gibt Fisch und Kartoffelsalat. Hoffentlich essen es Lore und Renate gern. Walter und wir, Familie Pfaffinger, essen es sehr gern. Sie müssen gleich hier sein. Zweiter Teil. Vorbereitung. Wann kommen unsere Verwandten? Sie wollen zu Mittag hier sein. Kann ich meinen Pullover tragen? Natürlich kannst du ihn tragen. Er ist hübsch. Kann ich noch eine Schachtel Zigaretten kaufen? Nein, du sollst nicht so viel rauchen. Jetzt ist es halb eins. Hier kommen sie an. Das Auto fährt gerade in den Hof. Soll ich die Tür aufmachen? Nein, das mache ich selbst. Du gehst in die Werkstatt und holst deinen Vater. Das Mittagessen. Grete, dein Essen schmeckt wunderbar. Möchtest du noch etwas? Nein, danke vielmals. Ich kann nichts mehr essen. Du isst wirklich wenig, Lore. Sie isst nie viel. Aber siehst du, Renate? Ihren Appetit möchte ich haben. Sie kann nie genug bekommen. So ist es richtig, Renate. Du nimmst noch ein bisschen, nicht wahr? Ja, Franz nimmt oft zwei oder drei Portionen. Junge Leute haben immer Hunger. Erste Bekanntschaft. Renate, kommst du mit? Wohin willst du? Ich will ein paar Flaschen Bier kaufen. Gibt es dort Zigaretten? Ja, ein Automat ist auch dort. Gut, dann kaufe ich eine Schachtel. Was? Rauchst du auch? Selbstverständlich, aber nicht vor Vater und Mutter. Das kann ich gut verstehen. Was machst du heute Abend? Freitagabend gehe ich immer aus. Wohin gehst du? Ins Kino oder in unseren Club. Willst du mitkommen? Ja, sehr gern. In Ordnung. Dann gehen wir zusammen. Männergespräch. Prost, Max. Das Bier schmeckt gut. Prost, Walter. Und noch einmal. Herzlich willkommen in München. Danke, Max. Nicht wahr, Walter? Du hast ein Mietauto. Wie fährt es? Nicht schlecht, aber ich muss es morgen in die Autowerkstatt fahren. Die Bremsen sind nicht in Ordnung. Wir können zusammen fahren. Fährst du viel? Nein. Nein. Ich fahre selten. Bist du morgen früh frei oder musst du arbeiten? Nein. Morgen bin ich zu Haus. Dann sehe ich dich also. Ja. Wir haben genug Zeit. Schön. Und dann machen wir alle zusammen einen Stadtbummel. Ja? Einverstanden. Dritter Teil. Noch einmal München. Wohin fährst du? Ich fahre morgen früh nach München. Was machst du dort? Meine Verwandten erwarten mich. Kann ich mitkommen? Ja. Herzlich gern. Wer hat Zeit für mich? Verstehen Sie gut Deutsch? Nein. Leider nur ein bisschen. Ihr Bruder und seine Frau wohnen in Deutschland, nicht wahr? Ja. Nicht weit von München. Sehen Sie sie oft? Nein, sehr selten. Sie haben nie viel Zeit für mich. Er möchte sie wiedersehen. Wann kann ich dich wiedersehen? Wann du willst. Bist du morgen zu Haus? Nur morgen Abend. Bekomme ich deine Telefonnummer? Dann rufe ich dich an und wir können zusammen ausgehen. Bitte schön. Hier hast du sie. Lektion 4 Vierte Lektion Straßenbahnfahrt Erster Teil Darf ich mich vorstellen? Ich bin Kontrolleur von Beruf. Kontrolleur bei der Münchner Straßenbahn. Ich liebe meinen Beruf. Ich bin immer höflich und nett zu den Leuten. Aber manchmal ist es schwer, freundlich zu bleiben. Nach München kommen viele Touristen, Deutsche und Ausländer. Einige Ausländer sprechen ziemlich gut Deutsch und verstehen fast alles. Aber einige wollen nicht lernen und verstehen nichts. Dann macht meine Arbeit keinen Spaß. Zweiter Teil An der Haltestelle Warten Sie auch auf die Straßenbahn? Ja, ich warte schon eine Viertelstunde, aber es kommt keine. Wie oft fahren die Straßenbahnen hier? Gewöhnlich fahren sie alle fünf Minuten. Sind Sie fremd hier? Ja, ich bin zu Besuch aus Brasilien. Spricht man dort so gut Deutsch? Oh nein, ich bin Deutsche. Ach so. Wohnen Sie hier in der Nähe? Ja, ich wohne mit meinen Eltern bei Verwandten. Bestimmt kennen Sie unser Münchner Straßenbahnsystem noch nicht, oder? Nein, ich habe keine Ahnung. Es ist alles sehr schwierig. Am besten fragen Sie den Schaffner dort. Der Schaffner gibt Auskunft. Entschuldigen Sie bitte. Wie komme ich zum Rathaus? Sie steigen hier in die Linie 6 ein. Sie fährt in Richtung Stadtmitte. Muss ich umsteigen? Nein. Nach vier Stationen steigen Sie aus. Dann gehen Sie zu Fuß die Theatiner Straße entlang und kommen direkt zum Rathaus. Wo löse ich meinen Fahrschein? Hier steht ein Fahrscheinautomat. Mit einem 2-Mark-Stück bekommen Sie einen Fahrschein für drei Fahrten. Danke für Ihre Hilfe. Nichts zu danken. In der Straßenbahn. Bleiben Sie nicht hier vorn. In der Mitte und hinten ist noch viel Platz. Vorsicht! Die Türen schließen automatisch. Wem gehört der Hund hier? Er gehört dem Mann dort. Für Kinder, Hunde und Gepäck zahlen Sie die Hälfte. Wo ist denn mein Geld? Hoffentlich haben Sie Kleingeld. Können Sie denn nicht wechseln? Doch, das schon. Aber es dauert immer so lange. Ich habe nur einen 10-Mark-Schein und ein 5-Mark-Stück. Warten Sie. Ich habe hier 5-Mark-Stücke. Nehmen Sie sie. Und Sie bekommen mein 5-Mark-Stück. Haben Sie vielen Dank, mein Fräulein. So. Und jetzt möchten Sie eine Einzelfahrt, nicht wahr? Ja, bitte. Hier ist eine Mark und ich bekomme 15 Pfennig zurück. Na, endlich. Ja. Dritter Teil Keine Zeit Wir haben keine Zeit mehr. Deine Eltern warten im Restaurant auf uns. Zu Fuß dauert es 20 Minuten. Mit der Straßenbahn sind wir in einer Viertelstunde dort. Dann fahren wir mit dem Auto. Auskunft Wo ist die Haltestelle zur Mozartstraße? Direkt vor dem Hotel. Und wo löst man einen Fahrschein? Beim Schaffner oder am Automaten. Kann man mit dem Fahrschein auch umsteigen? Ja, das kann man. Ein Schaffner fragt. Kennen Sie den Mann in dem Auto? Ja. Er arbeitet bei seinem Freund in der Autowerkstatt. Wohnt er am Frankfurter Platz Nummer 16? Ja. Im ersten Stock bei Familie Rupf. Ich bin ein Postbeamter wie mein Onkel Peter Lenz und mein Schwager Christian Riemer. Sie arbeiten aber nicht mit mir zusammen, sondern im Hauptpostamt beim Bahnhof. Meine Arbeitszeiten wechseln regelmäßig. Montag und Mittwoch beginnt mein Dienst um Viertel vor acht und dauert bis Viertel nach fünf. Dienstag, Donnerstag und Freitag beginne ich schon früh um halb sieben und höre um drei mit der Arbeit auf. Samstagvormittag muss ich auch zur Arbeit, aber am Sonntag habe ich immer frei. Zweiter Teil. Auf dem Postamt. Bitteschön. Ich möchte bitte Briefmarken. Wie viele brauchen Sie? Ich habe zwei Briefe und eine Postkarte. Den Brief nach Brasilien möchte ich mit Luftpost schicken. Geben Sie ihn mir bitte. Ich muss ihn zuerst wiegen. Für den Brief nach London brauche ich eine 50 Pfennig Briefmarke. Und eine Postkarte nach Berlin kostet 20 Pfennig, nicht wahr? Ja. Das macht zusammen 2 Mark 60. Jetzt möchte ich ein Telegramm aufgeben. Telegramm-Formulare bekommen Sie am Schalter 11. Ich danke Ihnen. Ein Polizist hilft. Entschuldigung. Können Sie uns bitte helfen? Selbstverständlich, meine Damen. Wir möchten dem Mädchen hier den Weg zum Luitpoldpark zeigen. Ich erkläre Ihnen den Weg. Er ist ganz leicht zu finden. Sie gehen etwa fünf Minuten geradeaus und dann nach rechts. Dann kommen Sie direkt in den Park. Vielen Dank. Ich habe noch eine Frage. Um wie viel Uhr öffnen die Banken heute Nachmittag? Das weiß ich leider nicht genau. Gewöhnlich öffnen Sie um zwei Uhr und schließen um halb vier. Ich danke Ihnen für die Auskunft. Es ist mir ein Vergnügen, unseren Besuchern zu helfen und Ihnen Ihre Fragen zu beantworten. Im Café Es tut mir leid, Grete. Wie lange wartest du schon? Ich bin erst zehn Minuten hier. Wollen wir ein Stück Kuchen essen? Ja. Trinkst du gern Kaffee? Nein. Ich trinke lieber eine Tasse Tee mit Zitrone. Kaffee schadet meiner Gesundheit. Gut. Ich bestelle für uns. Herr Ober? Ja, bitte. Was kann ich den Herrschaften bringen? Bringen Sie der Dame bitte einen Tee mit Zitrone und mir eine Tasse Kaffee. Und bringen Sie uns auch zwei Stück Apfelkuchen mit Sahne. Kann ich dem Herrn auch etwas bringen? Der Herr gehört nicht zu uns. Oh, Entschuldigung. Ich möchte gleich zahlen, bitte. Gut. Warten Sie. Ich bekomme von Ihnen vier Mark zwanzig, bitte. Hier sind vier Mark fünfzig. Dreißig Pfennig sind für Sie. Dritter Teil. Geht es Ihnen gut? Wie geht es Ihnen? Danke. Uns geht es gut. Und wie geht es Ihrer Tochter und Ihrem Sohn? Unserer Tochter geht es auch gut. Aber unserem Sohn geht es ziemlich schlecht. Sein Autogeschäft macht ihm keinen Spaß und er ist immer ohne einen Pfennig Geld. Um wie viel Uhr landet Ihr Flugzeug? Morgen Mittag um 13 Uhr 18. Wie lange bleiben Sie in Frankfurt? Nur einen Tag. Und von Montag bis Freitag sind Sie in München? Ja. Am Samstag fahre ich dann nach Berlin. Im Uhrengeschäft. Ich möchte der Dame die Uhr hier kaufen. Ich verstehe aber nicht viel von Uhren. Zeigen Sie sie dem Kollegen hier. Kann er sie mir erklären? Ja. Er hilft Ihnen gern und erklärt Ihnen alles. Ich bin von Beruf Wohnungsvermittler. Mein Büro liegt im Zentrum von München. Zu mir kommen viele Kunden. Entweder bieten Sie eine Wohnung an oder Sie suchen eine. Wenn Sie zum Beispiel Ihre Wohnung vermieten wollen, setze ich eine Anzeige in die Zeitung. Ich lese täglich die Lokalzeitungen. Unter den Wohnungsanzeigen stehen viele Wohnungsangebote, aber noch mehr Wohnungsgesuche. Es freut mich, wenn Mieter und Vermieter zufrieden sind. Zweiter Teil Beim Wohnungsvermittler Guten Morgen. Wir suchen eine Wohnung. Was für eine Wohnung möchten Sie? Ein Haus oder eine Etagenwohnung? Möbliert oder unmöbliert? Ich weiß nicht. Lore, was gefällt dir besser? Auf jeden Fall möbliert. Können Sie uns vielleicht ein paar Adressen geben? Ich habe im Augenblick nur eine Adresse von einer Wohnung in der Stadt und eine von einem Haus auf dem Land. Gut. Dann fahren wir zu den beiden und besichtigen Sie gleich. Ich schreibe Ihnen die Adressen auf einen Zettel. Wenn möglich, sagen Sie mir bald Bescheid. Ja, natürlich. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Erste Besichtigung Guten Tag, Frau Riemer. Sie haben eine Wohnung zu vermieten, nicht wahr? Ja. Kommen Sie bitte herein. Ich zeige sie Ihnen. Für wie lange wollen Sie die Wohnung mieten? Für etwa drei Monate. Und ab wann? Ab dem 15. Dezember, wenn möglich. Das passt mir gut, denn im Dezember fliege ich zu meiner Tochter nach New York. Ich will drei bis vier Monate bei ihr bleiben. Ihre Wohnung hat zwei Zimmer, nicht wahr? Ja. Die Tür rechts führt ins Wohnzimmer. Hinter dem Wohnzimmer liegt das Schlafzimmer. Ist die Küche hier links neben dem Wohnzimmer? Ja. Und gegenüber liegt das Badezimmer mit der Toilette. Wie hoch ist die Miete? 400 Mark im Monat. Zentralheizung und Strom sind natürlich extra. Das ist nicht zu teuer. Die Wohnung gefällt mir wirklich gut. Mir auch. Das freut mich. Wir danken Ihnen herzlich, Frau Riemer. Sie hören morgen von uns. Zweite Besichtigung Guten Abend. Wir sind Herr und Frau Kühn und kommen von der Wohnungsvermittlung. Wollen Sie das Haus noch besichtigen? Ja, wenn Sie Zeit haben, gern. Es tut mir leid, aber Sie kommen zu spät. Vor einer Stunde war ein Herr bei mir. Er will das Haus übermorgen mieten. Oh, das ist aber sehr schade. Es ist nicht so schlimm, Lore. Haben Sie vielen Dank, Herr Pichelbauer. Dann fahren wir jetzt nach Haus. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Welche Wohnung? Ah, da seid ihr ja. Ihr kommt spät. Wie war die Wohnungssuche? Teils, teils. Von den zwei Angeboten war das Haus schon weg. Aber die Wohnung von Frau Riemer gefällt uns sehr gut. Klein, aber nett möbliert und billig. Renate kann auf der Couch im Wohnzimmer schlafen. Die Fenster sind groß und die Lage ist ruhig und sonnig. Die Essecke in der Küche hat eine Sitzbank. Und der Elektroherd ist ganz neu. Das klingt alles sehr hübsch. Nehmt ihr die Wohnung also? Ich glaube, ja. Dritter Teil. Mietgesuch. Geschäftsmann sucht ein Zimmerwohnung, möbliert mit Bad, Zentralheizung und Telefon. Angebote unter Z1419. Zu vermieten. Doppelzimmer. Groß, sonnig, Bahnhofsnähe, Landstraße 10 bei Jäger. Autovermietung. Ich möchte einen Wagen mieten. Ab wann? Ab dem 3. Dezember. Für wie lange? Für einen Monat. Was für einen Wagen möchten Sie? Eine Gloria oder einen Phönix? Ein Phönix gefällt mir besser. Lektion 7. Siebte Lektion. Im Reisebüro. Erster Teil. Ich arbeite jetzt seit zwei Jahren als Angestellte in einem Reisebüro. Dieses Reisebüro gibt Auskunft über Reisen mit dem Zug, dem Schiff und dem Flugzeug. Auch Busreisen sind zu allen Jahreszeiten sehr beliebt. Die Herbstsaison ist nun zu Ende. Aber eine Ruhepause gibt es in unserem Betrieb kaum. Jetzt im November fängt die Wintersaison an. Wie fast alle Leute heutzutage, mache auch ich zweimal im Jahr Urlaub. In diesem Sommer war ich in Italien. Und im Frühjahr werde ich wieder zum Skilaufen nach Österreich fahren. Ich freue mich schon darauf. Zweiter Teil. Gespräch über den Sohn. Renate, wann wollt ihr deinen Bruder in Berlin besuchen? So viel ich weiß, findet die Verlobung am 6. Dezember statt. Warum telefoniert ihr ihm denn nicht? Es ist schwer, ihn anzurufen. Ihr wisst doch, dass er in einem Studentenheim wohnt. An welchen Tagen ist er immer zu Haus? Tagsüber ist er selten zu Haus. Und auch abends ist es nicht ganz einfach. Dann müsst ihr euer Gespräch beim Fernamt anmelden. Ja, wir dürfen nicht mehr lange warten. Denn nächste Woche wollen wir schon reisen. Busplätze buchen. Ich möchte eine Fahrt nach Berlin buchen. Ich empfehle Ihnen eine Fahrt mit dem Bus. Für wann hätten Sie die Plätze gern? Wäre es möglich, am 26. November zu fahren? Ich glaube ja. Für wie viele Personen? Für drei. Zu welcher Tageszeit fahren die Busse? Sie verlassen München um 9 Uhr abends und kommen morgens um 9 Uhr in Berlin an. Wir fahren also nachts? Ja, aber die Liegesitze in den Bussen sind sehr bequem. Und eine Stewardess versorgt sie auf der Fahrt. Was für Plätze haben Sie noch? Nur noch einen Fensterplatz vorn und einige Plätze am Gang. Dann hätte ich gern diesen Fensterplatz. Es wird meiner Frau nämlich schnell schlecht. Und der Platz neben ihr ist auch noch frei. Schön. Kann unsere Tochter hinter uns sitzen? Ja. Auf welchen Namen kann ich buchen? Auf den Namen Kühn, bitte. Ich möchte die Karten morgen abholen. Ja, gut. Auf Wiedersehen. Ferngespräch. Hallo. Hören Sie? Hier ist Ihr Ferngespräch nach Berlin. Hallo, Herbert. Bist du es? Ich glaube schon. Junge, wie geht's dir? Wir werden dich bald besuchen. Dich und Eva. Am 27. November kommen wir zu euch. Wie ist das Wetter in Berlin? Wunderbar. Wir erwarten euren Anruf schon seit Tagen. Wir schreiben euch alles ganz genau. Also, bis bald. Auf Wiedersehen. Wir freuen uns schon riesig auf euch. Wir auch. Grüßt alle in München. Bis bald. Dritter Teil. Was für ein Haus. In was für einem Haus wohnt Herr Pichelbauer? In einem Zweifamilienhaus. Und was für ein Haus gefällt seiner Frau besser? Ein Einfamilienhaus gegenüber dem Stadtpark. Welcher Zug? Welchen Zug nach Berlin nehmt ihr? Den Nachtzug um 23 Uhr. An welchem Schalter löst ihr eure Fahrkarten? Hier an diesem vor uns. Eure Verwandten helfen euch doch mit dem Gepäck. Ja. Sie bringen uns mit ihrem Wagen zum Bahnhof. Sie befinden sich am Informationsstand eines großen Münchner Kaufhauses. Dieser runde Stand im Erdgeschoss ist mein täglicher Arbeitsplatz. Jeden Tag sitze ich viele Stunden auf diesem harten Stuhl hier und beantworte hunderte von Fragen. Zum Beispiel, wo kann man hier parken? Oder wo befinden sich Haushaltsgeräte? Und so weiter. Die eine erkundigt sich nach den verschiedenen Abteilungen, die andere sucht ihre Kinder und der dritte beschwert sich über schlechte Bedienung. Dazu muss ich mehrere Fremdsprachen sprechen. Meine Arbeit ist wirklich nicht leicht. Und sie können mir glauben, dass ich jeden Abend immer todmüde bin. Bedienen Sie hier, Fräulein? Ja, bitte. Was hätten Sie gern? Können Sie uns ein hübsches Seidentuch zeigen? Ja, sicher. Wir haben eine große Auswahl an seidenen Tüchern. An was für ein Tuch denken Sie? Ein einfarbiges oder ein buntes? Dieses Rote mit grünen und blauen Blumen passt zu vielen Sachen. Oh ja. Renate, ich sehe, du hast guten Geschmack. Wie teuer ist es? Der Preis ist ein bisschen hoch. Es kostet 29,50 Mark. Dafür ist es aber auch echte Seide aus Indien. Ich glaube, das wird Eva auch gefallen. Oben bei den Lederwaren. Ich kann mich nicht entschließen. Soll ich den Gürtel aus Krokodilleder kaufen oder diese braune Kolleg-Mappe? Im Preis ist kein großer Unterschied zwischen den beiden. Das stimmt. Wissen Sie was? Ich nehme beides. Das ist eine gute Idee. Dann kann Ihr Sohn wählen, welches ihm besser gefällt. Wenn ihm dieser Gürtel nicht gefällt, behalte ich ihn. Und wenn seine alte Kolleg-Mappe noch gut genug ist, bekommt meine Tochter die neue zu Weihnachten. Dann kann ich Ihnen also die beiden Sachen einpacken? Ja, danke sehr. Hier ist Ihre Rechnung. Bezahlen Sie bitte an der Kasse dort drüben. Auf Wiedersehen. In der Geschenkabteilung unten. War das nicht ein nettes Ehepaar? Ja, besonders der Mann. Er hatte schöne schwarze Augen und dunkles, lockiges Haar. Nicht wahr? Hm. Ich wundere mich mehr über die schlanke Figur seiner Frau. Wie macht man es bloß, dass man in Ihrem Alter noch eine so schöne Haut hat? Auch das Saft-Service für Ihre Verwandten war ganz nach meinem Geschmack. Nein, ich liebe diese modernen Kunststoffe gar nicht. Etwas Hübsches aus Glas oder Porzellan gefällt mir viel besser. Dritter Teil. Beim Lift. Einsteigen bitte. Der Lift fährt nach oben. Wo ist bitte die Glas- und Porzellanabteilung? Hier unten, im Erdgeschoss. Wo befinden sich Taschen, Mappen und Ledersachen? Im dritten Stock, rechts, neben dem Lift. An der Kasse. Wessen Kassenzettel ist das? Das ist der Kassenzettel des Fräuleins hier. Dann ist das Ihr Service, ja? Nein, ich glaube, es ist das Service der Dame und des Herrn neben ihr. Am Informationsstand. Ich suche meine kleine Tochter Susi. Wo ist sie bloß? Hat sie blaue Augen, schwarze Locken und einen Apfel in ihrer Hand? Ja, genau, das ist sie. Sie steht direkt neben Ihnen. Lektion 9. Neunte Lektion. Besichtigungen. Erster Teil. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu unserer zweistündigen Rundfahrt durch München. Während der Fahrt werde ich Ihnen einige Sehenswürdigkeiten unserer Stadt zeigen. Zuerst werden wir über den Karlsplatz zur Residenz und zu Münchens berühmtem Nationaltheater fahren. Danach wollte ich eigentlich mit Ihnen in den englischen Garten gehen. Wegen des schlechten Wetters können wir aber nicht aus dem Bus. Wenn Sie nichts dagegen haben, machen wir statt des kleinen Spaziergangs eine kurze Führung durch einige der historischen Abteilungen des Deutschen Museums. Gegen drei Uhr werden wir wieder zurück sein. Zweiter Teil. Eine Ausstellung. Na, Renate, woher kommst du? Ich komme gerade aus dem Haus der Kunst. Doch zeigt man seit dem 21. Oktober eine Paul-Klee-Ausstellung. Sie dauert bis Mitte Januar. Schade, dass wir nicht mit dir gehen konnten. Wir waren während der Zeit auf einer Rundfahrt. War die Ausstellung schön? Das ist schwer zu sagen. Viele der Bilder konnte ich überhaupt nicht verstehen. Das macht nichts. Ich musste zuerst auch viel Neues über moderne Kunst lesen. Und dann versteht man noch lange nicht alles. Man braucht eben für alles, was schwierig ist, viel Geduld. Renates Verabredung. Wolltet ihr nicht mit Onkel Max und Tante Grete ausgehen? Ja, wir wollten sie noch vor unserer Abfahrt in ein Restaurant einladen. Wenn es euch recht ist, gehe ich in der Zeit mit ein paar Bekannten in eine Diskothek. Ich habe nichts dagegen. Ich habe eine Verabredung mit einem Freund von Franz. Sie ist um 5 Uhr. Da hast du noch anderthalb Stunden Zeit. Ich soll vorher bei ihm anrufen. Wie telefoniert man in einer deutschen Fernsprechzelle? Ich erkläre es dir sofort. Also, Renate, du siehst hier in der Fernsprechzelle das Telefon- oder Fernsprechbuch. Das Telefonbuch brauche ich nicht. Ich habe Pauls Nummer auf dem Zettel hier. 22 00 24. Dann wirfst du nur zwei 10 Pfennigstücke ein, nimmst den Hörer ab und wählst die Nummer. Wenn jemand sich am Apparat meldet, ist es einfach. Wenn niemand zu Hause ist, hörst du das lange Tonsignal. TÜT Und wenn gerade besetzt ist? Dann macht es kurz. TÜT, TÜT, TÜT Danke. Jetzt weiß ich Bescheid. Koffer packen Ich fahre jetzt mit einem Taxi zu Pfaffingers nach Haus und packe unsere Koffer. Wir nehmen aber nur deinen braunen und Renates kleinen. Die anderen beiden lassen wir hier. Ja, gut. Wir dürfen aber nicht vergessen, alle bis spätestens acht Uhr zu Hause zu sein. Ich weiß. Der Bus fährt um neun ab. Um acht Uhr vierzig, das heißt zehn Minuten nach halb neun, muss jeder an der Bushaltestelle sein. Dritter Teil. Telefongespräch. Ich höre nichts. Der Apparat ist bestimmt kaputt. Statt der Nummer 01-25-17 wählst du immer 01-5-17. Ach so. Ich vergesse also immer, die Nummer zwei zu wählen. Einsteigen. Wo ist Fräulein Grin? Es ist eine halbe Minute vor neun. Hier bin ich. Alle Taxis waren besetzt. Gut, dass sie endlich da sind. Jetzt sind alle Plätze besetzt und wir können abfahren. Lektion 10. Zehnte Lektion. Ankunft in Berlin. Erster Teil. Ich bin Herbert Kühn. Sie kennen mich schon seit dem Telefongespräch zwischen meinem Vater und mir. Ich bin Student an der Universität Berlin. Ich studiere Pädagogik, Psychologie und Soziologie im neunten Semester. Übernächste Woche will ich mich mit Eva verloben. Sie wird jeden Augenblick hier sein. Sie will mit ihrem Wagen kommen. Dann fahren wir zusammen zur Haltestelle und holen unsere Münchner vom Bus ab. Zweiter Teil. Die Begrüßung. Hier seid ihr drei ja schon. Seid alle herzlich willkommen in Berlin. Euer Bus ist wirklich pünktlich. Guten Morgen, Herbert. Ich freue mich sehr, dass ich dich endlich nach drei Jahren wiedersehe. Du siehst gut aus. Guten Tag, Herbert. Ich freue mich auch. Ja, die Fahrt war schnell und bequem. Das ist doch nicht Renate, meine kleine Schwester. Doch, lieber Bruder. Wunderst du dich? Mädchen, bist du groß und schlank. Und wie ich sehe, hast du auch keine schlechte Figur. Die Vorstellung. Und Sie sind bestimmt Fräulein Schulze, nicht wahr? Ja, selbstverständlich. Entschuldigt mich. Ich muss sie euch natürlich vorstellen. Das ist Eva Schulze. Und das, Eva, sind meine Eltern. Und diese junge Dame hier ist meine Schwester Renate. Ich kann es immer noch nicht glauben. Guten Tag, Fräulein Schulze. Ich freue mich, sie kennenzulernen. Ich kenne sie schon ein bisschen aus Herberts Briefen und von einigen Fotos. Herbert spricht auch oft von Ihnen. Wir werden uns sicher gut verstehen. Das denke ich auch. Dürfen wir Sie gleich heute Abend in ein Restaurant einladen, Fräulein Schulze? Wir können dann Wiedersehen feiern. Das ist wirklich nett von Ihnen. Ich danke Ihnen vielmals für die Einladung. Zur Pension. Sollen wir euch jetzt zuerst zu eurer Pension bringen? Sie sind doch sicher nach der langen Fahrt todmüde, Frau Kühn, nicht wahr? Ja, ich bin ziemlich müde. Die Stewardess war zu jedem freundlich und nett, aber ich konnte kaum schlafen. Gebt mir eure Koffer. Ich trage sie zum Auto. Es steht dort drüben. Hast du jetzt ein Auto? Nein, es gehört Eva. Es ist das Alte von meinem Vater. Leider fährt es nicht sehr schnell. Das macht gar nichts. Wir haben ja genug Zeit. In welcher Pension werden wir wohnen? In der Pension Grunewald. Sie liegt nicht weit von meinem Studentenheim. Hoffentlich gefällt sie euch. Dritter Teil. Mit dem Auto nach Berlin. Wann reisen Sie nach Berlin, Fräulein Stiegler? Übermorgen, am frühen Vormittag. Fahren Sie oder fliegen Sie? Ich fahre mit dem Auto von Frau Lenz. Werden Sie ganz allein fahren? Nein, ich glaube, dass Ihre Tochter und der Freund von ihr mitkommen werden. Mit dem Nachtzug nach Berlin. Hier steht der Zug schon. Da ist noch ein Fensterplatz frei. Da ist noch ein Fensterplatz frei. Wunderbar. Für meine Eltern ist auch noch Platz. Möchtest du nicht noch etwas essen oder trinken? Nein, ich steige gleich ein. Dann also auf Wiedersehen, Ute. Vielleicht in Berlin. Busbekanntschaft. Die Fahrt mit Ihnen war mir ein großes Vergnügen. Kann ich Sie wiedersehen? Wenn Sie wollen. Ich habe nichts dagegen. Haben Sie wirklich noch keine Adresse in Berlin? Nein, aber ich rufe Sie vielleicht mal an.